Hallo und herzlich Willkommen zur 21. Folge von Project Unstable 5 Heute habe ich mal ein bisschen was vorbereitet und ein bisschen was gemacht Ja, muss ja auch mal sein Ähm, genau Das heißt, heute können wir mal ein bisschen mehr durchstarten Und zwar habe ich nämlich Blood Magic ein bisschen Ein bisschen gemacht Ähm, und zwar Es wird natürlich wieder Nacht Ist aber egal Na, warum leckt der so genau in dem Moment Äh, okay So Und zwar War ich ein bisschen fleißig Ich habe zwei Lesser Tartaric Jams voll Das heißt, heute werden wir Tartaric Jam upgraden Mhm Und wir werden noch ein bisschen was anderes machen Und zwar werden wir erstmal unseren Altar upgraden Und dafür möchte ich euch gerne mal zeigen, wie das geht Und ich habe den Altar auch komplett voll Ich habe hier noch meinen Code of Arms, der auch komplett voll ist Och, wir werden heute so viel machen können Äh, und ich habe Essen gemacht Ich habe einen Haufen Essen gemacht Ich habe mir hier unten, ähm Äh, ich habe hier unten Einfach mal mir ein kleines Feld aufgebaut So ein klitzekleines Feld So ein klitzekleines, ja, so, so klein Äh, Kiste voll mit Zeug, dass ich Essen machen kann Und ich mache halt einfach Essen jetzt Ähm, ja Genau, also, äh Es ist Wie soll ich sagen Es ist manchmal ein bisschen komisch Mit dem Essen Weil das Problem ist Beispielsweise Der, wo finde ich hier Der Fruit Salad, ne Der gibt mir gefühlt volles Volles Saturation Genau das gleiche auch für den Spring Salad Die bringen irgendwie sauviel Saturation alle Ich weiß nicht warum Ich weiß echt nicht warum Es ist ein bisschen komisch Und ich weiß nicht, ob das immer so war Aber es ist im Moment so Und fragt mich nicht warum Naja gut Ich glaube, ich weiß warum Wir haben, haben wir Hang Wir haben Hang Overhaul nicht drinnen, ne Hang Overhaul hatte, glaube ich, die ganzen Essensdinge angepasst Irgendwie Die Lieder sind gerade ein bisschen komisch Alle Ich glaube Das könnte der Grund sein, oder? Ja, das könnte doch sein Nun gut Äh, erstmal machen wir jetzt noch ein paar Dinge Und zwar brauchen wir noch zwei, drei Dinge Äh, zum einen Habe ich hier mal was vorbereitet Was ich gerne haben möchte Und zwar ein Piggyback Right-Click Mobs to pick them up Ähm Damit können wir jeden Mob einfach nehmen Und dann haben wir praktisch auf dem Kopf sitzen Und können mitnehmen Geht halt da den Rüstungslot rein Äh, ich weiß nicht, ob es automatisch tauscht Das könnten wir mal kurz alles probieren Äh, aber vorher nehme ich noch kurz was mit Und zwar brauche ich nochmal Zwei, drei, vier Glowstone Wunderbar Äh, okay, und dann Ciao Äh, irgendein Mob Ist ja egal was Dann nehmen wir einfach mal hier Äh, unsere lieben Tierchen So So, was habe ich gerade eingesammelt Nein Okay, so Ja, okay, jetzt tauscht ich automatisch Jetzt tauscht ich drauf Und dann Äh, ups Nehmen wir es einfach weg Und der Mob fällt runter Und damit haben wir es Und damit können wir jeden Mob transportieren Böse wie gut Ähm Und das bedeutet Wir können damit auch zum Beispiel Den Hexen mitnehmen Weil Hexen sind das, was wir brauchen Für unsere Blutverjorgung dann Ähm Jedenfalls ist das mein Mein Go-To Auch wenn es ein bisschen Billig ist, sag ich mal Äh, wir könnten natürlich auch Warum sind irgendwie alle Lieder gerade so komisch? Ich weiß nicht Äh, es gibt noch was anderes Es gibt zwar Graveyard Soil Heels on that Äh Können wir machen Können Mobs drauf bauen Äh, packen Und sie damit nahezu unendlich Glaube ich auch Behalten Ähm Ähm Mal schauen Wenn ich keine Hexen finde Machen wir das Ansonsten nehmen wir eine Hexe an Weil die heilt sich Selber Und dann brauchen wir es nicht Und so hatte ich mir Folgendes überlegt Erstmal Braille ich mal kurz den Ralletau Ups So Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier Fünf Ich hab nicht Ich hab vier zu wenig gemacht Sag mal Bin ich blöd? Ich bin anscheinend blöd Wieso kam ich auf die Idee Dass ich sechzehn brauche Ich bin doof Ich bin absolut doof So, okay Ähm Ich hab auch kein Cobblestone mehr hier Um das noch hier hochzubauen Dann für Slowstone Ich hab wieder mal nichts dabei Zwei Das ist dann Nummer drei Äh, dann mach ich eben schnell Würde ich sagen Die Dinger fertig Die, äh Ach, ich dachte es war fertig Ich dachte gerade es war eine Partikel zum fertig sein Nein Mein Code of Arms So Ähm Und zwar Mach ich das jetzt einfach schnell fertig Dass ich hier nochmal die letzten vier habe Die acht Blank Slates, die ich brauche Dann hol ich die schnell Und dann sehen wir uns gleich wieder Also dann Bis gleich So Da ist sie wieder Also Äh Ich war jetzt mal kurz Ein wenig aktiv Äh Und hab mal dafür gesorgt Was wir jetzt alles haben Äh Ich hab jetzt noch die vier Blank Grunen gemacht Äh So dass wir die jetzt immer einmal Yay Okay Dann müssen wir jetzt noch Ich hab hier noch kein Cobblestone Ich hab auch kein Cobblestone dabei Nein Ähm 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 Ich möchte sie jetzt nicht wegnehmen Äh Dann nehmen wir halt den Zorn So Äh Und zwar brauchen wir hier nochmal zwei Blöcke nach oben Überall Mist Jetzt hab ich einen Cobblestone So Okay Und danach kommt da oben einfach Closon drauf Eins hier Eins hier Eins hier Und Eins da Wenn wir jetzt auf den Altar gehen Haben wir Tier 3 Wuhu Das heißt ab jetzt ist unser Altar in Tier 3 Wir können jetzt Mehr machen Äh Und zwar Zum einen Die sogenannte Imbued Slate Die braucht 5000 Live Points Dann kriegen wir die raus Da brauchen wir einfach nur den Reinforced reinballern Äh Moment Ich nehm nochmal einen Stone Lass den komplett durchballern So Genau Genau Also das wird jetzt praktisch zu einer Blank Slate Gleich Tada Dann dauert es einen kleinen Moment Da fängt nochmal den nächsten Prozess an Dass man praktisch eine Automatisierung machen kann Jetzt geht es mit dem nächsten weiter Ich kann mal in der Zwischenzeit mich nochmal dann gleich Ein bisschen pieksen Weil wir kriegen so ungefähr 2900 irgendwas Das heißt ich warte mal dass ich mich gleich pieksen kann hier So Dann Flipp Hier aufladen das Ding Und ich hab nämlich noch ein bisschen Essen gemacht Äh Irgendwas tolles Und mir ist auch gefallen Dass es wirklich Hangoverall ist Was uns fehlt Und es gibt keine Version für die Eins Ähm S Eins Elf Zwei Es gibt eine inoffizielle Einer hat es geportet Äh Aber Weiß nicht So Im Biod Slate Wuhu Sehr gut Äh Dann pikse ich mich nochmal eben schnell Ups Dann habe ich hier nochmal ein bisschen mehr drin Dann haben wir 8000 drin Kurz aufladen Äh Wird wo aber noch futtern Na wir können nochmal so eine Samensuppe Seed Soup So das sollte dann theoretisch So Okay Jetzt haben wir wieder voll Dann laden wir auch eins auf Okay Und Äh Ich habe ein bisschen Livepoints ins Netzwerk schon mal geballert Zwischenzeitlich mal Ein bisschen ist nicht viel Aber ein bisschen Äh Ich muss noch was essen Äh Die gibt noch relativ viel So Und wenn wir jetzt mal gucken Und zwar Wollen wir mal an Ja Und dann können wir jetzt einfach folgendes machen Wir nehmen jetzt das in die Hand Und tun einmal alles rüber transferieren Jetzt haben wir 0 Demonic Will Das Ding will ich dann nämlich noch upgraden Das mache ich dann auf Screen Das Ding tun wir auch mal Komplett rausballern Alles Okay Dann haben wir noch das übrig Und dann haben wir jetzt praktisch noch Zweites Taric Gem Sollen wir jetzt brauchen Das kann jetzt Das hat jetzt 400 noch was drinne Es kann bis zu 1024 aufnehmen Und dann brauchen wir das aber auch Die 1024 Äh Weil wir brauchen 1000 Es zieht 100 Und wir brauchen auch Weak Bloodshot Und Demonic Slate Und einen Demon Will Crystal Und dann kriegen wir Und den können wir dann nochmal nutzen Und upgraden Und dann bekommen wir Äh Den Grand Taric Gem Dann brauchen wir da einfach nur Niederstellen Aber jetzt erstmal Ne erstmal brauchen wir einen Large Kommen Ach ne Kommen Dann kommt schon direkt Achso Okay Gut Dann mein Fehler Also wir haben schon mal Relativ großen Dann werde ich noch einen zweiten Upgraden wahrscheinlich Ist ja nicht so schwer Packen wir einfach rein Packen das Zeug noch dazu Und dann geht das Problem ist halt der Goldblock Das heißt ich muss noch meinen gehen Aber Nun gut Das ist erstmal nebensächlich So Erstmal Zum Eigentlichen Was machen wir jetzt noch Ähm Wir haben einen Tier 3 Altar Was wir jetzt machen Ist ein Ähm Wie heißt es Ein Ritual Diviner Brauchen wir zum einen Dafür brauchen wir Ein Tier 3 Altar Und dafür brauchen wir Eine Magma Cream Eine Obsidian Eine Gastier Und ein Lapis Lazuli Block Und ich In meiner Vorbereitung Ja ich hab diesmal was gemacht Wir können das jetzt Alles direkt machen Wir packen das einfach nur In den Altar rein Lassen das jetzt einmal Alles durchblubbern Dann können wir das Ding Nämlich fertig machen Was wir dann noch brauchen Ist noch einen Weak Activation Crystal Dafür brauchen wir noch Ein Lover Crystal Brauchen wir auch Tier 3 Und das braucht dann 10.000 Den können wir dann auch Oben schnell machen Das machen wir dann Alles oben fertig Boah ich mach jetzt erstmal Hier unten kurz Die Dinger fertig Jetzt sind ja noch zwei Und dann haben wir es Haben wir nämlich alles soweit fertig Und das wird dann richtig toll Dann können wir nämlich endlich was machen Können wir nämlich Rituale bauen Und zwar Was hab ich mir überlegt Wir haben ja immer ein Ritual Also dieses Well of Suffering Haben wir ja immer Unterm Altar Das praktisch Unseren Altar dann auffüllt Mit dem Blutsch Wenn es praktisch Den Mobs Schaden zufügt Das wird dann das Blut kriegen Das funktioniert ja mit Hexen In der Form besonders gut Weil es eine unendliche Quelle ist Weil die Hexen sich ja immer selber heilen Und ich hab mir da was tolles ausgedacht Was man vielleicht machen könnte Je nachdem wie hoch das Well of Suffering geht Und wie breit Und was weiß ich nicht Das muss ich dann nochmal gucken In welchem Radius Praktisch Mobs noch Schaden kriegen Weil ich hatte mir was überlegt Entweder wir machen es hier oben Oder halt drunter Dass man praktisch hier nochmal Irgendwie so einen Eingang hat Wo es dann hier nach unten geht Unter der Pyramide Und so weiter Und dass da unten Wie Käfige hängen In denen praktisch dann die Hexen sind Dass wir wirklich mit Iron Fence So einen Käfig bauen In der Mitte sind dann Ein, zwei Hexen immer Und die kriegen die ganze Zeit Schaden Und da unten haben wir dann praktisch Unseren geheimen Raum Wo wir noch was anderes machen Als was heißt geheimen Raum Praktisch das Teil unter der Pyramide Wo man noch was machen kann Ja Das war so Die Idee Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob das so funktionieren wird Und gut aussieht Aber war halt so mal Eine Idee was man machen könnte Und das könnte man halt vielleicht auch oben machen Je nachdem wie es aussehen würde Und was weiß ich nicht Dass man praktisch so Käfige noch hat Mit Hexen drin Die wahrscheinlich die ganze Zeit Schaden kriegen Die dann hier irgendwie rumhängen Aber ich glaube drunter ist das vielleicht schöner Wenn das dann von der Decke hängt oder so Und dann so einen schönen tiefen Raum Dass sie wirklich über nichts hängen Die Hexen Und in der Mitte haben wir dann unseren Steg Und unsere Plattform irgendwie Dass wir dann inmitten von den Hexen Dann irgendwas machen oder so Sieht sich ja auch cool aus Müssen wir mal schauen Wie das klappt und passt Und was weiß ich nicht So Jetzt aber erstmal Wir brauchen eine Was war das? Lava Crystal Genau Das heißt Da setze ich mich mal an Dann machen wir das mal eben schnell Und dann Können wir nicht weitermachen Dann machen wir noch ein paar Ritual Stone Aber die will ich jetzt noch nicht machen Weil wir dafür Kann ich eigentlich Warte mal Kann ich überhaupt zum Master Ritual Stone Das Tier 3 Also Das heißt Wir brauchen noch Magikans Okay Das wird jetzt interessant Moment Okay Dann haben wir jetzt sehr viel Spaß Wir brauchen einen Goldblock Jetzt haben wir nicht Ich glaube noch Gold Wir können schon mal 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4 Stick Die Dinger Falsch angeordnet Rot, grün, blau, gelb Rot, grün Blau, gelb Ritual Diviner Wunderbar Und mit dem können wir mit Shift-Rechst-Klick auswählen Und mit Shift-Lechst-Klick gehen wir zurück Mit Shift-Rechst-Klick tun wir praktisch nach vorne gehen Was für ein Ritual wir haben wollen Was für ein Ritual wir haben wollen Und wir wollen gerne Äh Achso Hahaha Moment Wir brauchen noch Dusk Wir können das Ritual noch gar nicht machen Wir brauchen einen Tier 4 Alter Okay Ich bin doof Können den Crash auf dem Timber machen Bringen uns aber nichts Retour Full Spring Serenative Nether Green Crow High Jump Magnetism Stomach Das wäre natürlich auch interessant Aber das Stomach Takes Food From the Link Chest Ja Genau Äh Interdiction Containment Expression Sapphire Ja da ist nicht unbedingt was dabei Sapphire war Picks up Items Visitions Range Ja Brauch nicht Filler Ja Okay Also gut Dann können wir uns erstmal vergessen Weil wir brauchen nämlich noch hier Äh Vorher Die Dusk Room Noch dazu Und dafür brauchen wir einen Tier 4 Da kommt ein Kohlblock rein Das ist nicht so teuer Wir brauchen aber die Monix Slates Äh Die brauchen auch einen Tier 4 und 50.000 Life Points Das heißt Wir machen uns erstmal was anderes Und zwar damit wir erstmal das Zeug relativ gut machen können Braucht unser Altar nicht unbedingt mehr Life Points Das funktioniert auch mit weniger Problem ist allerdings Ähm Wenn wir weniger Life Points haben Also wir haben ja nur 10.000 standardmäßig In unserem Altar immer drin Wenn wir nun aber sagen wollen Dass wir die Äh 25.000 haben Müssen wir ihnen dann nachfüllen Das können wir machen Indem wir uns die ganze Zeit Mal zuerst verletzen Mit dem Äh Erst Was mache ich denn Äh Doch es war in der Mitte Fast doch nur eins Es war nur ein Diamant Okay ich bin doof Ähm Moment Ich bin gerade so ein bisschen Neben der Mütze Ist mir leid Ähm Ähm Glas So Und das noch rein Okay dann können wir uns nämlich Weak Activation Crystal dann noch machen Aber erstmal brauchen wir den höheren Altar Und dafür gibt es nämlich noch was tolles Und zwar die Rune of Capacity Und die Rune of Augmented Capacity Rune of Capacity Hat den folgenden Vorteil Ähm Wir erhöhen den Speicher Im Altar Also wie fair speichern kannst du Am Ende ist es 10.000 Geht das prozentual höher Es gibt auch noch die Run of Augmented Capacity Das ist dann aber Tier 4 Da kriegen wir dann noch mehr rein Also das ist glaube ich kein Prozentsatz mehr Sondern ein fester Anteil oder so Oder andersrum Ich glaube das war ein fester Anteil Ich habe keine Ahnung Eins so rum, eins so rum Ich weiß es jetzt nicht genau Es gibt auch noch Rune of the Orb Das erlaubt praktisch unseren Blood Orb mehr zu speichern Dass unser Blood Orb mehr an sich speichern kann Acceleration Rune Ist im Endeffekt einfach nur eine Fortsetzung von der Speed Rune Die Speed Rune Tut jeden Prozess den wir drinnen machen Beschleunigen im Blood Altar Und verbraucht dadurch auch schneller Blut Wie gesagt das Rune of Sacrifice Das hatte ich schon erzählt Displacement Rune Ist das was es uns erlaubt Das Blut aus dem Altar schneller rauszuziehen Schneller reinzupumpen Das könnte man auch machen Brauchen wir auch im Blood Slayer Wir können das jetzt auch machen Aber nein Lassen wir mal Gut Wie gesagt die brauchen alle dann T4 Die Charging Rune brauchen auch T4 Und die werden wir uns auf jeden Fall machen Die Charging Rune Darauf freue ich mich schon Weil die Charging Rune Erlaubt es uns Vorzuladen Das heißt sie tut praktisch das Blut aus dem Blut Altar immer füllen Es kann gewisse Anzahl Blut aufnehmen Jede Charging Rune Und sobald wir dann was reintun Wird alles Blut genommen Was praktisch in den Charging Rune ist So viel wie halt gebraucht wird Und der Prozess wird sofort beendet Das heißt es ist instant fertig Was relativ cool ist Ja Ähm Kann man den Rune so eigentlich machen? Nein Wahrscheinlich Hm Okay Ähm Ja Das heißt wir machen uns jetzt erstmal Die Rune of Augment Äh nicht Rune of Capacity Brauchen wir noch ein paar Mute Slate Und noch ein paar Eimerchen Ähm Weil die Eimer kriegen wir nicht wieder Machen wir 16 Eimer So Na gut äh 16 Wir brauchen eigentlich 18 ne So 18 Eimer Weil das Problem ist ja Sonst haben wir es nicht aufgeteilt Gut Okay Äh Was muss man weitermachen? Rune of Capacity Äh Wir brauchen eine Blank Rune Ach ich nehme die einfach nochmal mit Ich mach das draußen Äh Rune of Capacity Äh Eine Blank Rune Eine Mute Slate Das ist das normale Stone Ist das okay Das heißt wir machen einfach ein paar Mute Slate noch Und dann können wir nämlich unseren Altar erhöhen Äh Wir können es mittlerweile wahrscheinlich dann auch schon fast machen Äh Indem wir uns praktisch immer wieder selber verletzen Aber ich möchte gerne Ehe den Altar ein bisschen höher haben Dass wir mehr Blut drinnen speichern können Dann brauch ich mich nicht so oft zu verletzen Dann kann man es praktisch Immer wieder einfach reinkippen und gut ist Äh Das heißt wir machen jetzt erstmal aus Reinforced Slates nochmal ein paar Imbued Slate Weil wir es jetzt einmal haben Den Lover Crystal müssen wir dann noch upgraden Das sind 10.000 Genau Es gibt auch noch die Imperfect Ritual Stone Die erlauben es uns dann zum Beispiel Instant Nacht zu machen Wenn wir das wollen Ähm Was wir aber nicht brauchen Und den Lover Crystal wandeln wir dann auch erst Und wenn wir dann den Ritual Stone haben Vorher macht es jetzt nicht unbedingt Sinn Ähm Ja Entleeren wir mal den Code of Arms hier rein So Machen wir nochmal zwei Würde ich sagen Oder wir können ja nebenbei schon mal praktisch dann immer Gerade das fertig haben Können wir gleich mal upgraden Äh Das Nein Das da hin Oder Wie rum war das? Moment Ja so 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 Und So Stone außenrum So Okay Nase jucken Wie immer Und dann holen wir jetzt nochmal den Imbued Slate hier raus Und dann upgraden wir gleich mal zwei Hup Hup So also wie gesagt 10.000 ist der Standard Und Ich hab Ding nicht reingelegt So Wenn wir da jetzt reinballern Chup chup 14.000 Also 2000 kriegen wir im Moment pro Rune dazu Das heißt wir machen einfach noch ein paar Ähm Wie viel ist da drin? Achso jetzt muss er Ich glaube er muss die Rune erstmal aktivieren oder irgendwas Er braucht da nochmal einen Moment Blut für die Rune glaube ich Wenn ich mir richtig im Sinne Weiß nicht Okay Warte Einmal das da Äh Dann wird futtern wir Was gibt es noch auf dem Essen Das da So Okay Ähm Mal kurz aufladen Dann Eine Rune rein Dann machen wir noch würde ich sagen Ein paar Rune Oder ich mach jetzt noch ein paar Rune Und dann sehen wir uns gleich wieder Und dann machen wir das fertig Ne Und dann haben wir hoffentlich heute Schon mal Rituals Also praktisch dass ich dann den Master Rituals Da und das alles machen kann Äh Und vorbereiten kann Gut Erstmal Äh Das Ich brauch noch so einen Stein Okay Schwupp Das noch mit rein Wir tun das dann später alles mal schöner machen Schöner ordnen 16.000 Genau Lass mal auf 20.000 vielleicht gehen Also Noch zwei machen Dass wir fünf haben erstmal Und das mach ich dann jetzt mal offscreen noch ein bisschen Und dann sehen wir uns gleich wieder würde ich sagen Ne Und dann Können wir weitermachen Bis dahin auf jeden Fall erstmal Bis gleich So Da sind wir wieder Es regnet Es ist dunkel So zeigt dunkle Magie auszuführen Ähm Ich habe Noch ein paar mehr Rune gemacht Wir haben jetzt 22.000 Life Points Die wir hier drin haben im Altar 25.000 brauchen wir Das heißt Anderthalb Mal selber verletzen Das heißt Wir packen jetzt den Goldblock rein Und beobachten das jetzt mal ein bisschen Und sobald wir praktisch die Möglichkeit haben uns selber zu verletzen Machen wir das dann Also es geht ja relativ langsam runter Das heißt ich werde dann jetzt Dann denke ich mal Ja Okay Äh So Ein bisschen Leben kriege ich ja gleich dazu Jetzt sind wir wieder bei 18 Wunderbar Und dann futter ich hier die Tomatensuppe Wenn es gleich soweit ist So free habe ich ja eh noch einen Moment So Und dann sollten wir damit auf jeden Fall Wenn es so free vorbei ist kriege ich Hier kann ich ja erst wieder was machen Das heißt einmal kurz hierher Aufladen Kurz drauf gucken Und dann Und dann erst mal noch die Gordensuppe Und dann haben wir nämlich Es geschafft Genügend Life Points hoffentlich hier drin zu haben Oder sollten auf jeden Fall genügend Life Points hier drin gehabt haben Werden ja gleich sehen wir viel mal überhauen Und wir haben einen Weak Äh Ein Magican's Blood Einmal kurz aktivieren Aua 4000 Life Points haben wir über gehabt Hätte ich mich gar nicht zweimal stechen müssen Anschein Nun gut Äh Ja Damit haben wir jetzt den Magican's Blood Und wir können uns jetzt Endlich Ein Ritual Stone Äh Die Duskroons machen Wir können Äh Nicht Duskroons Können wir es jetzt Ein Äh Master Ritual Stone schonmal machen Wir können es die Ritual Stone machen Hier Äh Ne Da Ritual Stone Master Ritual Stone Können wir alles machen Das ist wunderbar Ähm Genau Und damit haben wir jetzt noch einen Orb mehr Den wir erstmal nicht mehr wenn Tauber auch eigentlich So Brauchen wir eigentlich immer nur den stärksten Die anderen sind mir eigentlich total egal So jetzt brauchen wir aber eigentlich 10.000 Life Points ja drinnen Ähm Weil Ja wir müssen ja eigentlich Noch unseren Activation Crystal auch noch kurz machen Okay Na mittlerweile sind es über fast 4000 was wir kriegen Das ist cool Über 3000 Wahnsinn Ist es vielleicht ein Prozentsatz vom Altar noch mit drin Ich hab keine Ahnung Weil oder ist das Ding hier hin hochgegangen Ne sind wir noch 60% Gut So Äh Kann man noch irgendwas essen was uns erstmal noch ein bisschen Saturation noch bringt Ja Spring Salad Gut Und dann werde ich mal schauen Und dann werde ich mal schauen Dass wir Es Schaffen Äh Den Altar noch ein bisschen zu upgraden Äh Dafür brauchen wir dann aber Die Weak Blood Shard Weil mit denen machen wir im Altar dann Master Blood Up Ja okay Äh Aber wir brauchen Ne warte Bin ich blöd Nein wir brauchen Tier 4 allgemein für die Dusk Gott ich bin doof Ich brauch das Dusk Zeug Genau und dafür brauchen Tier 4 Es sind nicht viele Life Points die man dafür braucht für das ganze Zeug Auch hier die ähm Dämonic Slade brauchen zwar 15.000 aber geht trotzdem noch vollkommen klar So 12.000 dann packen wir mal den Lover Crystal rein Wunderbar äh genau dann kann das schon mal ein bisschen köcheln Ich würde jetzt haben wir mal so ein Spring Salad Ähm Ja Was mache ich denn Ähm Hm Muss ich mal schauen ob ich es bis zum nächsten Mal schaffe das noch vorzubereiten Weil wir brauchen Tier 4 alter das habe ich vergessen Ich dachte wir konnten mit dem Tier 3 das machen Aber äh Um nochmal zurück zu kommen Wir haben jetzt hier mit der Activation Crystal Einmal rechtsklick ist auf uns gebunden Und jetzt ist unser Blue Netzwerk Ich will auch mal rechtsklick machen Nein Ähm Es gibt nämlich noch einen kleinen Haken Deswegen war es durch den Weak Blood Chart Ich bin einfach nur doof Und zwar die Äh Blood Large Blood Stone Brick Brauchen wir einen Weak Blood Chart Und a Stone Genau Und äh Da müssen wir dann mal schauen was wir kriegen Können wir jetzt eigentlich mittlerweile schon Nein Tier 4 Okay Äh Und dafür brauchen wir Äh Eine Bound Blade Und die Bound Blade machen wir aus einem Diamantschwert und einem Binding Reagent Das machen wir mit Minimum 400 Will Wir ziehen 10 Will Wir brauchen Gunpowder, einen Goldnugget, einen Glowstone und einen Redstone Und das werden wir dann bis zum nächsten Mal machen Und dieses Schwert wird Blut aus unserem Netzwerk ein bisschen ziehen Äh Äh Um damit dann praktisch Mobs zu killen Die haben dann eine Wahrscheinlichkeit dass sie Weak Blood Charts droppen Äh Und die brauchen wir dann halt Wir brauchen jetzt zwei Um die Blöcke dann zu machen für den nächsten Tier Das heißt Ich werde bis zum nächsten Mal Versuchen eine Automatisierung vielleicht halbwegs doch hinzukriegen Äh Das wir Blank Rune ein wenig machen Und Tja Dann haben wir hoffentlich das nächste Mal Die Möglichkeit ein Tier 4 Altar zu machen Das Ritualzeug vorzubereiten Vielleicht mache ich schon mal Master Ritual Stone All das bereich ich das für immer so Und dann können wir das nächste Mal Vielleicht das Fall of Suffering machen Vielleicht habt ihr bis dahin auch schon eine Hexe irgendwo mal gefunden Eingesammelt und irgendwo hingepackt Mal schauen Äh Ich kann es noch nicht versprechen Ich kann es nur versuchen Und deswegen sage ich erst mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr wollt bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Man sieht sich wie gesagt vielleicht wieder Und ähm Dann würde ich sagen Das wäre es für heute Ich ballere nochmal alles weg was ich hier dabei habe Präpariere nochmal meine Pfeile Und wir können uns eigentlich auch mal stärkere Tinker Tools machen Dann muss ich mir nochmal überlegen was ich machen will Was war es für ein Material Weil das Problem ist Ein paar Materialien sind im Moment verfügbar Die noch nicht verfügbar sein sollten Und Vielleicht setze ich mich auch heute dran Und mache erstmal Ohne Reihenfolge Weil normalerweise gehe ich die Mods jetzt gerade alphabetisch durch Das ist erstmal Tinker's Konstrukt machen Nun gut Werden wir sehen Erstmal Tschüss Auf Wiedersehen Noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal Ciao